Mahlzeit! Einige von euch haben lange darauf gewartet, dafür endlich mal wieder einen Skin Contest machen. Und jetzt ist es soweit. Wer meine Livestreams aufmerksam verfolgt hat, weiß, endlich ist die Custom Lackierung drauf. Und endlich seid ihr wieder gefragt, mir eure Skins zu schicken. Die Regeln sind genau gleich wie beim letzten Mal. Macht euren Skin selbst und klaut ihn nicht irgendwo aus irgendwelchen anderen Community Seiten. Ihr seid wirklich Handarbeit gefragt. Keine realen Marken. Skinny hat da sehr schöne Livestreams gemacht, die ich euch am Ende mit verlinken werde. Wo ihr euch das mal angucken könnt, wie einfach das sein kann. Keine verbotenen Symbole oder Zeichen. Keine Eigenwerbung. Eigentlich dasselbe wie beim letzten Mal. Genau! Einzelnen Schluss ist der 20.10. Die car.png an meine E-Mail zu schicken, die ihr auch in der Beschreibung findet. Und ausgelost wird am 21.10. Im Livestream dann werde ich euch alle Skins zeigen, alle Skins vorstellen. Allerdings werde ich nicht den Namen sagen, von wem der Skin ist. Das verrate ich erst ganz am Ende. Alle Skins die teilnehmen werden natürlich hier wieder verewigt. Und der Gewinner-Skin bleibt auf dem Auto für die folgenden Livestreams. In diesem Sinne viel Spaß beim Skinnen. Ab! Dann vergesst nicht! Einzelnen Schluss am 20.10. Wettbewerb am 21.10. 13 Uhr live. Wie gewohnt. Jetzt noch die zwei Videos, die ich euch versprochen habe zu verlinken. Irgendwo oben wahrscheinlich, wenn ich es nicht vergesse. Und viel Spaß beim Skinnen! Thema Rennwagen! Ganz vergessen! Eigentlich! Genau! Ich brauche einen Rennwagen! Also! Egal was! Hauptsache! Rennwagen! In dem Sinne! Jetzt aber los! Ab!